Und da sind wir wieder. Manu wird jetzt sofort sterben und dann gehen wir hier nochmal rein. Ja. Sowas abgesprochen. So ist das geil. Weil ich ja bei einem One-Hit auch immer ausweichen kann. Das könntet ihr mit Sicherheit auch. Ja ich renne halt nicht auf Gegner die du nicht kennst erstmal geradlinig zu. Alter guck dir den Part an. Nee, ich guck doch nicht deine Parts. Guck meinen Part! Und dann soll ich am besten auch favorisieren und so ne? Und abonnieren. Und liken. Und teilen. Ich find's immer lustig wenn Leute dann anschreiben, dass man bitte das Video liken soll. Oh fuck! Besonders weil liken so viel bringt. Dann sehen das alle. Heutzutage. Heutzutage bringt liken gar nichts mehr. Gibt ja auch ein paar englische YouTuber die haben ihre Kommentare dauerhaft aktiviert und wollen nur Feedback auf Twitter und Facebook. Was? Ja. Was? Zeig ich dir nach der Aufnahme. What the fuck? Was ist denn für ein Schwachsinn? Ja weil es ja wahrscheinlich bei YouTube nichts mehr bringt und auf Facebook aber schon. Ja auf Facebook wird es halt immer dann bei den Leuten immer geteilt automatisch und sowas wenn sie sowas schreiben wenn sie es falsch eingestellt haben. Genau Reichweitenerhöhung. Ja. Okay mach jetzt auch. Tschüss. Oh ich hab sein Cock-up. Cock-up. Schnell unten bevor ich sterbe. Ich glaub das ist nicht günstig jetzt hier zu stehen. Ja olan. Nein 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 ich spring schon. Ich dreck schon. Ich spring schon. Ich dann in den Drachen rein. Das sind wir glaub ich nochmal oder. Ja. Nochmal. Habs 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 Hab没有. andere seite gut ich springe mal rein hier geht doch ein drittes mal aber hat mich trotzdem gewissen jetzt mein fuß ab ja klar genau für den fuß dreimal aber bewegt sich gar nicht mehr muss hier raus war sauber der durchweg gehauen somit war bestimmt ich da war gut bitteschön peter du bist wieder da oh gott sehr gut der ball ist auch gerade recht ruhig jetzt noch ach du scheiße aber ich schlag mal ein bisschen auf seinen kopf ein ok weil er gerade so schon vor mir hängt eben auf den kopf ich steck mal ein schwertes kopfende rein dass ich da bin wieso fliegt er eine sekunde hoch genauer des angriffs der treffen muss genau weil er drachenangriff er macht er noch die ganze zeit ja aber das ist ja warum leuchtet er dann das heißt eigentlich nur dass er jetzt aktiv ist oder nicht leuchtet genau wie der dann einfach nicht kann wie der dann einfach nicht kann denn es was unser mitspieler ist übrigens wieder denn es ist aber nicht derselbe andere denn es ja weil wir nehmen nur denn es an aber nur mit einem n ja deswegen auch den ist die nennen sich alle so abgeleitet von pinis trostpunkt also schon weggedrückt und wenn wir jetzt runter gestuft vom jäger an stimmt was ist da eigentlich 38 steht bei mir hatte ich was höheres davor ja du warst über 40 ich glaube du warst 500 oder 30 ein level vielleicht belohnt oder 6 nein ich komm nicht da gehen wir noch mal rein oder ja weil war ja cool so war aber auch einfach und dem fallen mit ja die man nicht einsetzen kann meinst du die waren durchgestrichen wer sagt das ich okay vielleicht das liegt aber ich immer verteidigung dreimal plus mitnehme damit dass ich immer sterbe allatron allatron dann hole ich mir jetzt auch eins weiß nicht wie viel sie sich lohnen also irgendwie mache ich da nie einen unterschied ich weiß nicht soll ich vielleicht mal meine alte rüstung anziehen ja klar die vom vom anfang die farm rüstung am besten ja das wäre wahrscheinlich sogar ich besser ein neues buch echt neue bücher ich wäre schrecken mir alles er mag kein wasser und kein eis ja ich habe meine waffe ist neutral aber eigentlich mal kein drachen und kein feuer das bin ich hardcore verursacht feuerschaden steht da also hauptsächlich feuerschaden da steht nur feuer pull ich mal nach vielleicht hat eis ja auch heiß da nehme ich feuerabwehr plus 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 stimmt sei vielleicht mal lecker ich habe ich habe mein panzer amulett auch gar nicht dabei gehabt kein wunder wow doppeltes aroma ich habe jetzt erstmal ein panzer amulett äh wie kriegt man denn dingens plus 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 ich habe da was gegessen so und dann hab ich das ja was denn das weiß ich doch nicht mehr ich hab da random was gedrückt hä fisch und brot nehme ich immer für verteidigung oh fuck jetzt kann meine anzeige hier hoch fisch und brot ich hab schon gebibbelt machen alle monster tot äh wo ist denn ich finde mein panzer amulett nicht hol dir neues arschling was soll es hast du genug geld du bonzer ich habe ja schon eins bonzenzombie bonzenzombie wissen wer der monsterjäger ist so welche waffe nehmen wir denn dann mit schleim ich meine die anderen waffen sind viel zu schwach weiß ich guck gerade mal oh ich hätte eine starke feuerwaffe nix der feuer ist cool das kann der nicht ab das kann der nicht habe na ne ich nehme lieber die slime waffe meine waffen sind auch zu scheiße aber das war jetzt so opfer bist du mal fertig da ich bin fertig ich nehme an hä bearbeitung ok hä ich finde wirklich mein amulett nicht soll das hier ist das hier bei der frau ja ne ich habe ja aber eigentlich schon eins hat sie sich wieder gemobst gedacht aber dass ich das auch schon in der kiste liegen hab dann dann geh auf verkaufen und guck was ganz viel geld bringt gute idee wo ich glaube das geht gar nicht so ne ja so manuel du blinkst auch schon bist du bereit ich bin bereit juli auch dann habe ich alle alle heiltränke dabei die ich brauche mega trank kalt geträger passt alles passt alles dennis go denis und zu jeden fall er kann das nicht hören obwohl das jetzt gerade wirklich so aussah die götter sind vorsichtig ja jetzt kommen wir wieder dieses epische über epische drei minuten intro wegdrücken ooooh überspringen muss ich überspringen am gamepad drücken ja nein los ich schon achso guck mal er macht nix er macht nix er ist vorabakt lol hä bei mir läuft das intro noch ja lass laufen er steht hier nur rum ich war ja schon fertig meine wechsel ich sag euch wenns los geht in drei in zwei in eins jetzt müsst ihr sich bewegen warte 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 jetzt doch jetzt jetzt kam grad die regie und sagt der und action ha 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 aua geil da haben wir den schön gefickt ja bei mir hat das intro nicht übersprungen dafür dürftet ihr schon ein bisschen drauf kloppen ja richtig geil ich hole mir mal ein bisschen ballisten muni weil so beginnt es eine ausgezeichnete idee aua oh du bist ein eisball ja wir haben jetzt eisball wir können uns ja die taschen voll machen und dann sterben dann haben wir schon mal ballisten muni für nächstes mal ja dann habe ich mehr zu nehmen nein sterben stimmt wo ist der wo ist der oben oben der kann fliegen warum kann er denn fliegen er kommt runter an er macht eis auf wir haben ihn auch so wichser übertreib doch gar nicht woher hatte denn noch eis er mag es nicht war der in den usa und hat nach einem eis gefragt ja der ist ja schnell rüber geflogen hast du es nicht gesehen ne hast du einmal eis für uns boah ey oh ich bin leer aber ich habe den richtig fett getroffen manu mach ihn kaputt ich fick den weg den bastard gibts wieder eis trip ich hab dann getroffen du hast ihn über zweimal getroffen hä 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 jetzt sind runtergeglitscht oh nein er macht eis ich will kein schildschuh fahren aua gedreht oh ja wie schnell hat der denn jetzt die richtung gewechselt der mag dich einfach nicht mal ja ja komm dennis hau mich danke dennis peter der ist denis ah ja der denis wir können ihn auch facepunch nennen wie er sich auf twitter nennt ach facepunch war das ja wir können es auch gerne machen falcon punch oh fuck fuck falcon punch falcon punch jetzt sagst du mich vermittelt jetzt schau ich auf twitter tschüss boss ballisten bin das anders bereit gehst du hin? facepunch hieß der also bitte dennis geht hin ja ne weiß ich ja warum will der nur mich der homo ok dennis geht hin ich komm komm zu mir komm zu mir warte ich komm ich komm ich komm boah boah alter den ist wir den moment schießen glaub ich fick mich weg ich glaub er hat daneben geschossen glaubst du ja ja stimmt sonst würde er nicht wegkriegen verdammt oh nein nein da ist er einfach direkt weglaufen das war unsere chance das hätten wir schon gewonnen ne die hatten wir schon am anfang die chance ja sonst wieder gutmachung hat es jetzt nicht gezählt der treffer ja oh manno karma und so warte ich erst einmal warte oh mein gott jetzt müsst ihr drei noch irgendwie an der Stelle sein wo ihr nicht angreifen könnt und dann darf ich auch noch mal eine Minute zum draufschlagen ja ja blitze ey manuel die falle ist durchgestrichen danke für die info habe ich dir nicht gesagt im letzten part ich wollte das nochmal erwähnen ich wollte es einfach aus eigener erfahrung nochmal erlebt haben überlegt unser ballistenmonie da wo peter gerade rumknallt ja ey wichser du hast ein fenster auf was du hast ja zugehört nein ich habe mein fenster zu oder nein ich habe keinen zugehört ich habe ihn zugehört war bestimmt der Gegner genau der machte jetzt neuerdings Zuggeräusche neues feature damit das echter wirkt tot tot ich kann nicht mehr rennen jetzt aber ich habe dir irgendwas auseinandergebrochen bei ihm oder ja jemand beintechnisches komm in den Arsch komm in den Arsch boah auf die Birne wir gehen mal weg sauber also anal oh Mist anal schüsse mag er nicht ich schieß mal sein schwanz ab guck mich nicht so doof an ey sehr gut ich bin leer und nur eine für mich liegt hier in der mitte noch irgendwas tolles steht rum ok jetzt ne mehr genau wenn er länger als 50 rum steht ist er raus haha gekickt dann holen wir den nächsten blöschen die Aufnahme nehmen wir nochmal neu auf das ist nämlich schon eigentlich der vierte der uns jetzt versucht zu helfen aha aber die gehen nochmal ein neuer Dennis was die gehen? nein wir schmeißen die raus gib ihm was irgendwas kaputt geschlagen so bei dir ja aber Manuel du bist auch gar nicht gestorben ja er hat keine One-geht Attacke auf mich gemacht ach der hat sowas gar nicht das heißt in diesem Part bist du nur einmal gestorben Ja mal gucken wie du dich im nächsten Part schließt guck dir in die Playlist eighteen tschüss tschüss kriege dir zu benomi xbei feels